Das Motto 1 mit dem Motto 2 verbunden ergibt dann ÖHA Ich bin ja EERE Ich bin ja dieser Körper da Ich bin ja EERE, der EERE ist Ich bin ja ES Dieses Ding da Das ES ist Und das Motto 2 und ES ES will es wissen Es will sich erproben Es will seine signifikanten Gesetze in Anwendung bringen machen lassen Es will wissen, auf Teufel komm raus wozu das gut gewesen sein würde Es will seine Variations-, Diversifizierungs-, Akzeptuierungs-, Besonderungsweisen in Anwendung bringen In der Begegnung mit anderen Essen Das ist ein bisschen Ja, ich bin ja Ja, ich bin ja Ja, ich bin ja Ich bin ja Ich bin ja